Outtakes. Outtakes. Wie sieht das eigentlich jetzt mit der Mars-basis aus? Wir drehen gerade. Bin ich da jetzt reingelaufen? Ja. Genetische Algorithmen, nicht wahr? Morgen. Exakt. Ich hab dich vorhin gehört, als du gesagt hast, dass du wieder programmieren möchtest. Warte mal, ich hab wieder gesagt. Warte, warte, warte. Okay, jetzt. Ich hab dich vorhin gehört, als du programmieren wolltest. Ja. Ja, ich hab... Was hab ich gesagt? Oh. Ich hab dich vorhin gehört, als du erzählt hast, dass du wieder programmieren möchtest. Ja. Ja. Ich hab schon wieder wiedergegangen. Oh. Mach mal bitte eine neue Aufnahme, dann muss ich hier. Ich hab dich gehört, als du erzählt hast, dass du wieder... Dieses Wort. Ich hab gehört, als du erzählt hast, dass du programmieren möchtest. Ja. 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 Und der wollte dir nichts erzählen. Er wollte es geheim halten. Du hast gesagt, ich hab gehört, als du erzählt hast, dass du programmieren... Das können wir sowieso nicht verwenden. Nein. Ich hatte gehört, als du erzählt hast, dass du programmieren möchtest. Das du willst. Ich hatte mitbekommen, was... Ich hatte es mitbekommen, dass du wieder programmieren willst. Mach das. Woran bist du da? Ich hatte gehört, dass du programmieren wolltest. Ja. Okay, ähm... Hattest du... Aber das macht schon besser. Aber denk doch mal nach. Wir haben keine Kontrolle, wir übernehmen keine Aufgaben. Und wir sollen wissen, dass wir ultra viel denken. Und dann, äh... Wenden wir es nicht an. Blablabla. Hallo, wie geht's? Schön im Fernsehen. Wir haben keine Kontrolle, wir übernehmen keine Aufgaben. Und wir sollen immer denken, dass wir super viel wissen. Aber wir wenden es nicht an. Die wollen uns ausrotten. Kann das sein, dass ich den Fokus im Uhrzeigersinn drehen muss? Schon bevor KIs einen Großteil der Arbeit übernahmen, kam es immer wieder zu Ausständen und Protesten gegen menschenähnliche KIs. Ach, die Entwicklung von menschenähnlichen KIs. Ah, die Entwicklung von menschenähnlichen KIs. Text. Verdrängen würden. Die Menschen verdrängen würden. Die Menschen verdrängen würden. Ah, wie... Oh, das ist wahrscheinlich mit die schlechteste Aufnahme, die ich jemals gemacht habe. Ja, mach mal gleich die nächste. Pfff, ist das, was du gerade machst, einfach auch Quatsch? Was willst du mir... Du willst mir doch bloß die Arbeit verbieten. Weißt du, damit ich mal blöde. Typisch, Menschen haben oft Vorurteile. Vorurteile? Ich würde eher sagen, dass es mir schwer fällt, das zu ignorieren, dass einfach alles darauf hindeutet, dass ihr KIs irgendwas vorhabt. Willst du das normal sagen? Wegen Schwierfeld. Ich würde sagen, wir haben alles normal. Stopp, lass das, das kannst du nicht machen. Und ob ich das kann. Ich schalte dich ab. Hast du sie schon abgeschaltet? Richtig Energie und... Und bitte. Auch egal. Ihr nehmt uns ein und... Boah! Bist du siehst? 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 Was ist das? Was ist das? Oh, ich töte dieser... 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 Oh, ich töte dieser...